herzlich willkommen zu meinem neuen video heute werde ich mal geschminkt naja mal sehen wie ich danach aussehe meine pläte die kann man ja trotzdem sehen das ist ja wichtig meine pläte so ich schmink den sven jetzt ich muss aber die kamera ein bisschen anders gut na dann mal los ich entspanne mich dabei was ist denn das von knuddel? knuddel? äh von make up ist das ach make up jod so boah nicht dass ich hier keine Ahnung hast du dich rasiert? ja ne? ja natürlich na wieso? wieso? sollte ich das nicht machen? guck mal da kurz rein seht ihr das? wie viel da drin ist du scheiße wie seh ich denn aus? warte manchmal so aber mach nicht so wieder erstmal die augen drehen nein wie bei meinem allerersten video wo ich da als Tante Trude aus Box der Hude bin da hat mir das Auge nämlich so getränt naja ist so das make up ist viel zu hell für dich naja ich bin schon so ein dunkler typ da musst du mich nicht noch helfen das ist richtig hell ja meine Fresse naja die Hauptsache du hast Spaß naja die sagen bestimmt alle die hat doch voll die Klatsche lass doch sich schwingen hier wie ne Tucke ey du bist richtig blass naja ich bin schon tot das ist viel zu hell mit deiner Hautfarbe naja weil ich heller bin als du ja deswegen muss ich mich nicht noch heller machen nein nicht dass die alle denken nachher bei YouTube ich bin schon tot hier sitzt bloß ne Leiche das muss ich gleich dunkler noch machen na toll das riecht ja aber gut die Schmecke ja das ist von Manhattan Manhattan oh heute bin ich in Manhattan das muss ich ja sehen du musst ihn drehen ja genau so seht ihr wie hell das ist viel zu hell für dich weil ich schon so blass bin ich sage ich bin schon tot ne das Make-up ist du bist viel zu braun für das Make-up na kannst du mal sehen ich bin ja auch sonst normalerweise viel an der frischen Luft ich brauch kein Make-up aber das ist schön mal Make-up aufzumachen ich lache nein ich lache nicht sonst krieg ich bloß Falten schlichte Arsch auch Falten wir bleiben nicht in der Nase Mensch das Kinder unter die Nase schlichte Arsch auch Falten wir bleiben trotzdem cool wie die Alten naja die denken alle dass Sven hier da voll die Klatsche guck mal da rein ach du Scheiße ey du hast mich totgemacht na toll ich bin ja wie er ist naja die denken sowieso der hat doch voll die Klatsche warum bei seinem Vorstellungsvideo hat er schon so einen Scheiß gequatscht aber das merkt man sonst werde ich dich im Mund schmieren das stimmt doch gar nicht natürlich ich hab alles auf den Lippen nachher ne da kommt der Lippenstift ach auch noch na toll guck mal jetzt ist das schon ein bisschen besser ja hast du mich ein bisschen abgetraumt jetzt ja ja na cool Mensch ach herrlich sieht ich aus ach herrlich ach herrlich bin ja wie er ist satt wo war ein bisschen deine Wangenknochen ein bisschen raus meine Wangenknochen ja da ist Fett drauf das wäre der perfekte toll zum Konturieren das wäre der perfekte Ton für dich ja ja also als Make-up weißt du viel viel Müll vom Pferd mehr immer wie ich aussehe ey wenn ich mich so angucke ja wie ich aussehe voll der Blödmann du hast voll Gänsehaut im Gesicht ja ich hab auch voll Gänsepelle echt ich auch warum na weil das weiß ich wohl nicht von den Pinseln über die Killern über die Killern ja ey ich hab voll die Gänsepelle guck mal ich hab voll die Gänsepelle das ist ja voll eklig das ganze Gesicht sieht aus ich seh ja aus wie tot schon ey ey Mausi mach mir gar nichts ich mein ich hab mich sowieso hier schon zum Affen gemacht aber ist ja scheißegal ich mach das ja nur aus Jux und Dallerei mit mach ich jeden Scheiß mit oh bein das ist ein bisschen zu rot was bisschen zu rot das ist doch scheißegal ich seh wie aus wie ein Horst also das ist ideal guck mal da rein sieht man überhaupt was ich ja und hier ein bisschen hast du jetzt ja Wahnsinn ey das sieht aus ob ich ihn auf die Schnauze gekriegt habe hier ist ja richtig dick hier meine Fresse hier so ja hast du meinen Warnknochen zudel betont oh meine Tees irgendwo ummischen jetzt mal ein bisschen highlighten oh das schluckt ja das Melk ab das ist kein Melk ab und meine Oma sagt immer Melk ab und meine Oma sagt immer Melk ab und meine Oma sagt immer Melk ab deine Oma sagt immer Melk ab ne find das cool so ja jetzt äh scheiße ich hab ich hab mich schlecht vorbereitet ja Mensch als Kinder ich seh ja so scheiße aus du scheiße ich brauch nämlich ich oh sorry ich muss grad hier in meiner Schminkkiste rumwühlen na wühl ich mal da drinnen rum naja das geht aber ich seh richtig tot aus heute hast du mich richtig tot geschnitten Quatsch doch so mich muss man ja nicht unbedingt sehen mich soll man sehen na gut ich mach mich hier ich mach mich hier alleine zum Horst das reicht ja auch ja genau genau wie gesagt wir machen das ja auch nur aus Jux oder Ecke ne ja ja Augen zu aber wie gesagt nichts zu tun sieht man gar nicht naja ist ja auch nicht so schlimm riecht gut riecht gut riecht gut ja was ist denn das Kokos ne du musst ne dunkle Farbe nehmen Svenny ich bin zu blass oder was na du hast mich tot tot geschminkt ne weil du hast zu helle Augen also ähm schon so ne dunkle Farbe ach voll diese weise auch nicht so richtig dunkle Hautfarbe haben meinste naja siehste sag's doch sprich doch mit mir du musst so machen es sag doch ja keiner was du musst so machen hm wieso ja genau du ich schmink mich sonst nicht ja weil ich mach das heute nur weil du das willst hä naja toll ich darf dich nicht bewegen naja jetzt seh ich sowieso wie Karl Arsch von der Rennbahn du musst so machen Svenny wie ach so ja so naja wie sieht das denn jetzt aus wenn du die immer runterknallst ich knall immer runter du hast auch große Augenlider ja hab ich ja auch die hab ich bestimmt von meinem Vater her gehabt der hat auch so ne langen Hirsche her gehabt warte mal das ist wie unten immer alles dann wollte ich ja schön schminken na schön so ein bisschen zumindest naja was noch zu retten ist ja toll dankeschön siehste so was muss ich mir sagen lassen naja das ist so mal Auge auf ne ganz normal einfach so ist gut ja ich seh aus wie Karl Arsch ach du ey das sieht ja aus ob ich ein blaues Ohr habe als ob ich ihn nicht draufgekriegt habe das andere wahnsinn ey Leute was ich ihm hier alles antue eigentlich ja und das nur damit ihr alle lachen könnt genau ich mach mich ja alleine zum Haus das werden die Augen zulassen und aber aber spreizen also die Augen ich spreize alles nein nicht aufmachen ach so so ja genau zappelt mit den Augen die sind nervös die machen so was nicht jeden Tag so eine Scheiße mit ne ne warum nicht doch schön ich gehe mal im Monat je zu Frau Merkel dann besuche sie dann je mit ihr schön frühstücken oh jetzt hat sie ja Obama zu Besuch gehabt naja und jetzt kriegt sie mich eben zu Besuch ja genau das ist doch schön die hat ja Abschiedsbesuch in Berlin gemacht bei Herrn Trump äh da ja Herr Trump bald kommt ne so wieder so mal zu lassen also so normal wahnsinn mach mal auf dein Auge ja jetzt muss ich mich da drunter ich will den nicht sehen piek mir ja nicht an das Ohr ey ich sehe schon so schlecht auf den Augen ja du musst schon ruhig bleiben gar nicht so einfach dich zu schminken das ist doch toll Hauptsache du hast jetzt Spaß ey kick doch ach du scheiße wahnsinn ich darf nicht lachen kick mir das ja nicht rein in das Ohr ey ich sehe aus als ob ich ihn aufs Ohr gekriegt habe ja das stimmt kick doch mal an als ob ich ihn aufs Ohr gekriegt habe jetzt mach ich noch ein bisschen Wimperntusche na warte noch alles aber das war es dann auch die Augenbrauen noch ein bisschen an ach ne aber nicht so Fülle nicht dass wir die Augen wieder trinken kann schon schlecht gucken ne auch mal aufsehen auf was ich hier alles über mich auf lassen auf was ich hier alles über mich auf was ich mir hier alles einlasse auf was ich mir hier alles einlasse Gott das glaubt ihr ja nicht jetzt mach das ach du wacke jetzt total naja weil das killert guck man killert nie so viel hier genau mach runter fein ja so jetzt nach unten ein bisschen du verschmierst das schon alles nach unten na ich sehe so aus ey das sieht aus als ob ich ihn auf der Schnauze gekriegt habe kick doch mal scheiße so ein Lippenstiss na warte nur noch und wer küsst mich oh du darfst nicht reden dabei ach so na das weiß ich doch nicht mach mal ne so einfach alles lassen einfach ganz so mal aufhören na du verlangst ja heute mal hier mach mal so die denken naja ich mach sowas jeden Tag und schminke mich weil ich mich so auskenne das kippt sich gar nicht aus warte mal weg machen hier so ein bisschen so fertig ey ich sehe aus ob ich ihn auf der Schnauze gekriegt habe hallo scheiße hallo oh Halloween ist doch aber schon vorbei eigentlich oder was meint ihr hier scheiße ey wie ich aussehe als ob ich als ob ich schon tot bin ey Wahnsinn ich bin ja nicht begeistert davon aber naja wir machen jeden Scheiß mit nicht Freunde naja na denn wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag tschüssi tschüssi